Willkommen zurück, Leute, zu The Walking Dead. Ja, alle sind mitgenommen, weil Larry einen Herzinfarkt hatte. Und Kenny hat einfach mal so einen Leckstein über den Kopf gezogen. Ja, scheiße. Okay, wir müssen hier irgendwie rauskommen. Wir sind auf der Dingens hier. Alter, ich bin noch so ein bisschen durcheinander. Auf der Molkerei, ich meine nicht Molkerei, sondern Dingens hier. Auf dem Bauernhof, sagen wir Bauernhof. Und wir müssen hier rauskommen, weil die Besitzer Kannibalen sind. Und wir müssen uns hier echt verpissen. Kühllagerregier. Was? 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 Kühl? Ja, kühl. Achso, akkwöb. Ich bin immer noch drüber. Kühlaggregat. Okay. Scheiße. Okay. Gut. Wir brauchen eine Münze. Wer hat eine Münze? Ich spreche nochmal mit Kenny. Äh, das Kühlaggregat könnte unser Ausweg sein. Wir sind jetzt auf uns allein angewiesen. Wegen einer Familie. Ja, richtig. Was für Arschlöcher, ey. Ich weiß, es war notwendig. Aber ich wünsche mir, dass Clem nicht so gut anzurecht. Ich bin nicht so, was es tun wird. Ich bin nicht so, was es tun wird. Lilly, ich bin sorry. Ich spreche nicht mit mir, Lee. Ich spreche nicht mit mir. Du musst dich zusammenfassen, Lilly. Warum? Für deine Sache? So, dass du besser fühlst? Über... Über was du getan hast? Für deine eigene Sache. Genau, weil du so viel über mich interessierst. Ich glaube, dass ich ein Weg aus hier gefunden habe. Aber ich brauche etwas, um die Schrauben auf dem Konditioner zu entfernen. Wenn du etwas hast, was ich als Schrauben benutze? Oder etwas? Nein. Was für ihn? Ich weiß, dass es ein schlechtes Zeit für ihn ist, aber nach dem Motorhof... Larry... Larry hat etwas gesagt, um die Schrauben zu halten. In anderen Worten... Mein Vater ist mehr wichtig für dich zu sterben, als im Leben. Wenn er im Leben ist und hat die Schrauben zu entfernen, denkst du, dass er es für sich selbst hält? Was willst du? Meine Schrauben, um die Schrauben zu entfernen? Deine Schrauben. Mach das, was du musst. Oh, Mann. Boah, da liegen noch überall Gehirnteile rum, ey. Scheiße. Dann ist es wohl hier drin. Hier geht's. Zwei Quarters... ... und ein Dime. Ich muss nur diese Schrauben entfernen und diese Schrauben entfernen. Ja. Dann könnten wir Clementine durchschicken. Ja, es funktioniert sehr gut. Oh, Mann. Ein Erfolg. Seit langem. Du hast es? Ja. Ein weiterer sollte es tun. Äh, wir passen da nicht durch. Clementine passt durch. Du musst das nicht tun. Glaubst du, du schaffst das? Du denkst, du kannst das? Ich bin schaust. Es ist okay, zu schaust. Wir brauchen dich, Clementine. Okay. Du bist okay. Was mach ich, wenn ich rauskomme? Ich hoffe mal sehr, dass sie es schafft. Ah, das ist auch verdammt laut. Was? Levin... Was, Ben? Was, die Stimme von Ben? Oh, Mann. Boah, was sind das für... Hä? Alter. Was sind das für asoziale Menschen, ey? Ohne Spaß. Oh, Mann, ey. Hey, watch your step. That's slippery. Okay, was... Im Gefäß. Ah, die haben die Gehirne auf... Alter. Alter. Oh, Mann, ey. Ein Heuhaken. Was? Gehrungssäge. Ich hab keine Ahnung, ey. Was ist das denn? Ein Viehtreibstab. Ich hab hier noch gesehen, dass hier noch was rumliegt. Eine Sichel. Achso, wir können jetzt... Löffel. Ja, was sollten wir uns jetzt entscheiden? Nehmen wir... Was kann man... Hier, ich glaub schon, dass wir die Sichel am besten mitnehmen. Okay. So, was ist der Plan? So, was ist der Plan? That and tell me, us is so caught up in his own rant, that we could probably sneak right up on him. Just stick behind me, in case anything goes down. When we get to the front, grab his gun. Sounds good. Okay, you ready? Ja. Okay. Yeah. Let's go. Stay close. Oh, Mann, ey. Oder wir nehmen sein Gewehr und erschießen ihn. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. I'm gonna kill you. I'll leave you. I pray. He's inside. He's not coming in the house. Oh, I remember. This is my favorite part two. Can I let one freak take and just walk right out? Yeah, I'm going. Keep it simple. As soon as he passes us down. Jump on the behind. See what he's doing now. Can you see him? Da ist eine Falle aufgestellt. Oh, fuck. Scheiße. Zu spät, oder? Ja. Oh, Mann, ey. Damn it. Fuck, ey. Ich war jetzt nicht schnell. Schnapp ihn hier. Schnapp ihn hier. Ja, Kenny, hilfst du mir auch mal? Kenny, hallo. Hat er sich jetzt aber echt Zeit gelassen, ey. Ja. Ja, sehr gut. Wir haben dann eine große Gräbfeld selbst hinein. So gehört sich das. Wir wollen dich nicht essen. Sorry, Claire, aber das musste sein. Das musste sein. Boah, wir müssen ihm jetzt helfen. Aber er lebt noch. Aber ein Bruder lebt noch. Und die Mutter. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Kommt da Unterstützung oder Banditen? Walker. Och, nee. Nein, Unterstützung. Sehr gut. Boah, endlich mal wieder ein bisschen Erfolg hier. Sie haben uns angegriffen. Sie haben uns angegriffen. Ich wusste, ich wusste, ich wusste, wir können sie nicht vertrauen. Scheiße, wie viele von ihnen sind da? Drei mehr. Woher? Larry ist tot. Sie haben auf Mark's legge und versucht, sie zu schüttern zu uns. Scheiße. Ist alle anderen okay? Sie haben noch Duck und Katja in der Haus. Und ich weiß, wo die Kinne ist. Okay, wir kommen in, um zu helfen. Die Hauptgänge ist zu gefährlich. Gehen um die Fenze und sehen, ob es gibt einen Rückweg in. Ich werde immer nach Kinne. Ja. Boah, wir müssen jetzt irgendwie Clementine erklären. Aber das ist jetzt halt nicht so wichtig. Nein, bitte nicht meinen Buben. Lass uns gehen, Frau. Wo ist Kenny? Scheiße. Was? Was können wir machen? Wir können nichts machen, doch. Nein, Kenny darf nicht sterben. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Was? Warum hat sie jetzt geschossen? Boah, ey, manchmal, ne? Manchmal, ne? Alter Vater. Komm, nochmal. Wir gehen jetzt da rein. Ja, was? Ja, was? Ich will ja zurück, aber ich kann nur nach vorne. Ich kann auch nicht auf die Seiten. Warum? Ja. Boah, ich check's nicht. Was soll ich denn dann tun? Was, was können wir denn noch tun? Ich weiß es nicht. Was können wir noch tun? Ja, ist ja gut. Ich, ich bewege mich nicht. Ich schaue, was passiert. Nichts. Okay. Ja, ich, einen Schritt nach vorne. Ganz vorsichtig nach vorne. Warum nicht? Merkt sie nichts. Und gleich riecht jetzt die Waffe auf uns. Und dann, was ist dann? Können wir ja auch nicht mit dir reden? Gar nichts. Boah, was sollen wir denn tun? Ja, Leute. Ich, ich guck mal nach, was ich tun muss. Ich hab keine Ahnung. Sorry, Leute. Aber in der nächsten Aufnahme werden wir es wissen. Bis dahin. Wir sehen uns bald. Ciao.